Tief im Wald gibt es ein Geheimnis zu entdecken. Darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Bist du eine Hexe? Froni, entschuldigen Sie bitte. Sie sind weder böse noch hässlich noch alt. Und Hexen können Sie auch nicht. Kannst du noch mehr Hexen? Wer eine gute Hexe sein will, muss auch was dafür tun. Natürlich will ich eine gute Hexe werden. Ich will auf den Blockspack tanzen, unbedingt. Aber sie ist noch zu jung, um in der Walpurgisnacht dabei zu sein. Erst 127? Weißt du denn nicht, dass das für Hexen in deinem Alter verboten ist? Heute in einem Jahr werden wir dich prüfen. Nur wenn du bis zum nächsten Jahr alle Zaubersprüche vielerfrei hast, hast du die Prüfung bestanden. 7.892 Zaubersprüche auswendig lernen? Du musst dich eben anstrengen. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Rumpumpel, das ist ja eine Überraschung. Du musst doch mal sehen, wie du mit dem Lernen so vorankommst. Gut. Du hast doch nicht etwa gehackt. Aber nein, wie denkst du hin? Freitags ist das Hexen verboten, weißt du das nicht? Ligula Laguli, nimm den Lauf. Suppenlöffel. Erlebe. Abraxas! Es schneit! Ein zauberhaftes Abenteuer. Du bist eben eine gute Hexe, da kannst du gar nichts machen. Caroline Herford ist... Die kleine Hexe. Kugelblitze rufen, Lawinen auslösen, Feuersbrunst entfachen. Aber wie man den Abwasch weghext oder die Löcher aus den Socken, das steht hier natürlich nicht. Als DVD, Blu-ray und digital.